Ja wenn es um Brücken geht, versteht Tibiro es kein Spaß. Nein, nein. Na Troll auf der Woche. Huhohohohohohohohohoho. Gegen was ist eigentlich BANN? SPINN. Ok. Erscheucht SPINN. Schitz! 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 Icecreeper hässlicher! Oh! Ich hab ne Musik... Julian, du hast grad eben den ich Satz bau. Was denn? Äh was... was... Äh Jeremy hier grad... Was Tibios eben gesagt hat. Ah? Hey, warte. Was hab ich gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwas, das kein Satz bau hatte. Ich hab generell keinen Satz bau. Ist voll der Harte hier, oder was? Du bist Let's Player, du brauchst keinen Satz bau. Hm, ich mach mal meinen Satz bau. Genau wie Yoda. Keinen Satz bau ich brauche. Kuchen ist leckerer. Ich vertraue auf die Minecraft-Geräusche und hoffe, dass keine Creeper in der Nähe sind. Ha! Ha! Idiot. Und aus dem Grund spielt Niko kein Hexit. Er wird mir auch schon 10 Mal gestorben. Oho! Mhm. So, wir essen kurz Melonen, während wir warten, bis das Zombie auf uns zuläuft. Ja, ich hab das Zombie gesagt. Jo, Alter, das Zombie, Mann. Junge. Junge. Mal Fresse, Mann. Hast du ein Problem, ey? Ich hol mal eine Schwester. Ha! Ja, ich glaub, ich hab da raus zu. Ja, ich glaub, ich hab da raus zu. Heiß Baby Zombie Hasslius. Viech, du Mistvieh. Viech. Äh. Nochmal. Viech. Viech, Viech. Ah. Julian. Was? Robin Viech. What? Oh Gott, war das Scheiße. Der war scheiße, ne? What? Musst du nicht raffen, das ist ein Insider. Ah. Ein Innenseiter. Der Insider ist so tief drinnen, der kommt hinten fast wieder raus. Ah, ja, er kam hinten raus. Ein Innenseiter. Welche Richtung muss ich denn? Ich hab's gehört. Hm, Regen. Oh, falsche Seite. Fernring. What the fuck? Komm schon. Was machst du da hinten? Ich battle mich mit Creepton. Yo. Fat Battlemon. Battlebattlebattlebattlebattlebattle. Das ist ein Scherz. Ich find's nicht, ne? Ja, das ist nett beim Scales. So schlecht. Ernsthaft. Haft. Hm, hm. Glaub ich mal, das ist gleich richtig. Mal noch irgendwie Zäunen zu Hause oder so? Ja, aber ja. Und, gibt's noch. Für mich gibt's noch welche. Cool. Oh, Mann. Oh, ho ho ho. Oh, die schönen Rosen vor der Haustür sind weg. Ich steck mich am Arsch, ich baue mich hoch. Ja, die Rose habe ich weggemacht. Die fand er zu kitschig. Die liegen mir auf den Sack. War nehm zu schwul. Nein, das nicht mal. Beim Durchlaufen ging er jetzt mal auf den Sack. Hast du nichts sehen können. Pussy. Sag mal, wollen wir den Weg noch fortsetzen zu uns rüber? Ja, da bin ich gerade irgendwie so halb dran. Warte, ich helfe dir. Wie fühlst du unser Double-Stock? Sehr Double-Stockig. Finde ich cool, Mann. Ballert. Ballert, Bruder. Wird sehr krass, die schnell Kakaobohnen wachsen, ne? Kakaobohnen? Mhm. Creeper! Midi-Zombie! Ja, dann kommen wir mal. Hm. Was für crapige Musik. Du hast die Ding gefunden, die schwarze? Ne, die goldene. Die ist beschissen. Ja. Ja. Das habe ich gerade auch festgestellt. Ziemlich alles aus gold ist beschissen. Mhm. Ja, in diesem Spiel schon. Julian. Ja. Ja. Shining Armor. Oh ja. Ne? Wird hier mal das Bild einblenden? Ja. Endlich! Mungo-Dinge, ey. Äh, ich kann's doch nicht anblenden. So, jetzt wird gebattelt. Well, 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 well. Das sind ja alles. Weizen-Teile. Ja, weil wir Weizen für Ding brauchen. Für Broads? Nein, nein, für Ding, äh, für... Cookies. Cookies! Oh, wir bauen eine Cookie-Fabrik. Ich will meine Ernährung auf Cookies umstellen. War eine Cookie-Diät. Ich bin schon... Vielleicht nach... Vielleicht nach mache ich eine Seaweed-Diät. Kann ich das sagen, wenn ich, äh, ich bin auf... I see weed and I smoke it. Aha. Ah. Ah, hab da was Sweetes gefunden, gefoundet. Haben wir noch keine Kartoffeln? Doch, oh. Mh. Echt? Schade. Mh. 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 brennt da nicht eigentlich alles ab bei denen kaputt ja es wird alles abgeerntet ich reiß unsere decke ab also mega enttäuscht vom ende er ist nicht enttäuscht vom ende also die festung ich hab nur noch ein paar leben hör auf hässlicher die endfeste ist echt für den arsch vollkommen kaputt schlachten wir ihn die nutzen unseren eigenen turm da ist alexander warte ich boxe ihn runter alter scheiße hast du ein herz übrig? mhm erstmal chillen jetzt hab ich ein wichtiges mitgebracht nix nix ist wichtig hier gar nix ich könnte das ende gehen mit mit äh könnte ich jetzt machen aber bullshit scheiße ich geh sowas von drauf ich geh sowas von drauf ach ja ach das war knapp ja gut leute in ein paar minuten fertig ne echt? ach tatsache ja eigentlich schon überzogen ne ja mal zwei minuten aber damit die es noch äh minuten kann da fertig battlen können es ist runtergefallen auf dem boden baddl 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 mein mineschaftsblatt ist auf dem boden gefallen oh sag alexander mal er sollte scheiß zurückgeben schreibs in chat wooo scheiße ja das hätte man sich sonst bekommen ne das ist ein spawnfilch ja ich bin auch ein held ja ich bin auch ein held ok whatever crow wieviel level ha 32 alter warum enchantest du nicht? ohne enchantment table? ja komm mal zu uns schnell ey ich hab kein 32 level ich hab 12 ich auch ich hab 26 ich geh wieder in du oberfläche ich geh zurück nach hause ich geh zurück nach hause ich geh wieder in du oberfläche ich geh zurück nach hause das erinnert mich jetzt echt enttäuscht es passt irgendwie ne das war kein happy ending sagst du neja kein das ist minecraft ich könnte jetzt ja ich suche das nächste mal durch das aber warte mal ja ich weiß ja irgendwie wie spaßt du wieder hier verpisst euch das ist unser land das haben wir gekauft bei google das haben wir mit dem blut unserer vorfahren bezahlt what? schon wieder? also mei also ich kann einer von dem mal kurz in den chat reinschreiben alle schon nach hause gehen der wichser will ich slayen was machen die alle hier drinnen? party party ich will dieses scheiß äh dragontile als trophäe haben nicht nur du ja ich weiß jan wills auch du nicht ne mir ist es scheiß egal ne 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 alle fresse halt nur nach hause wir sollten die jemanden wieder hergeben oh shit wer ist denn nur shit wer ist denn nur shit einer von denen was haben sie geklaut ein dir fehlt äh ja ein dir fehlt weil ich diesen weil ich die jukebox gebaut hab äh äh was hast du gebaut? ne jukebox warum hast du weißt du? warum? keine dias aber ne jukebox ja man ernsthaft weißt du keine diamant pickaxe oder sowas ne ne erstmal ne jukebox ne 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 jukebox lol wie ist das denn? alex bauch nicht mehr wegfliegen öhhh öhhh pfff oh was lädt ihr euch wieder gegenseitig? wenigstens habe ich jetzt keinen hunger mehr äh Tiberius über die Levels saven öhh die Leute mei ne nur so Wir haben den Level-Generator. Ach so, ja. Mhm. Form. Form. Was ist denn? Wo ist denn bitte? Mir fehlt... Mir fehlt meine gesamte Rüstung. Warte, hab ich was für dich. Uh. So, dann close ich den Server mal. Warte, 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 warte. Genau, während das Zeug hier rumliegt, nicht. Das war halt, ne? So, jetzt aber. Dann, tschau, bis zum nächsten Mal. Genau, tschau. Ich verpiss, muss noch kurz los. Warte, ich muss doch schnell. So, jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute, macht's gut. Da. Dschau. Danke, danke.